Hallo und guten Tag. Hier ist wieder Klaus von der älteren Generation, der Babywummer. Ich bin jetzt im Moment in Frankfurt auf dem Platz und tue eine neue Tour. Für diesen Zweck gehe ich bei den Aufträgen hinein. Also bei den Aufträgen bekomme ich ihn von Frankfurt nach. Da haben wir noch diese Tour. Wir haben einen Thunapark und einen nach Linz. Nach Linz, also dorthin. Und ähm, also dafür gibt es 16.000. 30 Stunden noch bis zum Ablauf. Also, und sollen wir uns den holen? Da haben wir Gefahrgut auch. Da haben wir noch 3 Stunden. Auch von Frankfurt. Schauen wir den mal. Schauen wir den mal als Ziel ein. Und jetzt, ähm, holen wir erstmal aus. Los! Dann holen wir den hier aus. Und jetzt, äh, äh, wie wird das überhaupt? Soll es dir jetzt? Ja, da haben wir uns den uma. Wir schauen uns nach ihm ein. Dann haben wir eine Tour. Dann sehen du Also möchte ich jetzt mal weiterfahren. Ich möchte die Lina Münz holen. Und dann mal Adi haben. Ok. Wo müssen wir hin? 5. Und ähm. Ich habe ja keine Aufnahme momentan. Ich möchte doch, ich möchte doch hier eine Tue holen. Die Aufzeichnung möchte ich da holen. An dem ich, den möchte ich holen. Und äh. Da sind wir jetzt hier. Die. Die Zeit zu gehen. Jetzt möchte ich jetzt, äh. Wie steht der rechts fram? Biege nach rechts ab. Immer geradeaus. Neue Route finden. Links halten und dann links abbiegen. Biegen nach links ab, demnächst rechts abbiegen, biegen nach rechts ab. Wir sind heile angekommen. Okay, haben wir. Und dann machen wir mal den. Den. Jetzt haben wir den Bruder 16.000. Den auf der Hand nehmen. Und dann müssen wir dahin sehen fahren. Dann. 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 Passt. Ja, gut. Haben wir. Und gut, los geht's. Du musst wieder hinten rausfallen. Wie schwer ist denn der überhaupt? Schwerkrumpf. Der ist schwer. Wo ist er jetzt hin? Frankfurt am Main. Ja, wieso habe ich hier keine... Da, nach links muss ich fahren. Der ist frei. Der ist auch frei. Ich hau hier mal hoch. Machen wir. Und jetzt... Und jetzt... Demnächst links abbiegen. Biege nach links ab. Und dann nach der Seite. 5,40 Kilometer. Am Kreisverkehr dritte Ausfahrt nehmen. Ja, bitte. Ja, bitte. Ja. Nimm diese Ausfahrt. Ja. Okay. Der hat schwer zu kämpfen hier. Was hängt denn da dran? 12 Tonnen oder was? Ja. Möte. 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 17 Tonnen. 17 Tonnen. Möte. 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 Vielleicht die fünfte Tour, weil ich zwei Turen nicht aufgezeichnet habe. Es ist schwer zu kämpfen, ja. Hm. Das war ein bisschen. Ich bin der Dr. Alterei. Wir denken brauchen noch nicht später, weil wir später denken. Hm. Ich denke mir später. Immer geradeaus. Okay. Ich bin der Dr. Alterei. Ich bin der Dr. Alterei. Das ist eine gute Geschwindigkeit, wenn ich sie halten kann, muss ich auch gut fahren. Um, 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 um. Um, 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 um Vielen Dank. Vielen Dank. Ja, 16.000 Euro für eine Fahrt. Gutes Geld. Hilft mir meine Garage zu bauen. Ja, könnte ich auch einen Kredit aufnehmen, aber möchte ich nicht. Ja. 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 Bitte rechts halten. Okay. Oder nicht. Hier ist ein Schwert. Okay. Lass uns eine neue Route finden. Hier haben wir fahren. Da hatte ich schon. Aber da ist ja. Da ist stinken. Okay. 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 Bitte rechts halten. Bitte links halten. Okay. 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 sevent Ok. Okay. Okay. fluctuanson. den Nassau 233, 238 Meter haben wir noch, dann müssen wir runter, wenn wir denken, dann folgen drauf. Wenn wir erstmal tanken, bauen wir nicht die Higa. Ja. 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 Das heißt, wir können jetzt hier... Und dann kommen wir wieder auf und gehen und dann haben wir das jetzt hin. Ja. Ja. Ja,kenn ich mir. Ja,soh. Da. Ja. Vielen Dank. 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 Okay. 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 Thank you. Okay. Okay. Yeah. Okay. 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 Mmh 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 Yeah Mmh 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 Ah. 16,86 Kilometer noch, langsam fahren, damit wir auf den letzten Kilometer jetzt hier nicht nur Krishma, ja Es gibt drei Minuten. Bitte sehr Bitte links halten Bitte sehr Wir müssen gleich abgehen Wir müssen gleich abgehen Wir müssen gleich abgehen Ich glaube ich, ne? Wir müssen rein rein ins Nimm demnächst die Ausfahrt links Falsch Falsch Ich denke, das ist ja. und natürlich wieder nach rechts halten und dann ausfahrt rechts nehmen die ausfahrt rechts hier muss ich erstmal schauen, dass hier keiner kommt von der anderen Seite kann man hier mal nicht sehen, kann man hier mal nicht sehen, weil wir in der gefährlich ich checke jetzt hier, in den grün, da könnte man jetzt nicht erkennen, im Spiegel, ob da einer kommt oder nicht ja, der wird richtig ganz lang zum fahren, genau, der macht mir das vor, so muss man fahren, nicht wie ich hier, im Waffentempo, der macht mir das vor, jetzt in die Kilometer noch, wir sind in Lenz gleich und wir fahren hier flüssige Sachen, Stickstoffe, was immer, Wasserstoff, hochwertiges, hochwertiges Gut und das muss unbedingt halten und dann kommen. Ich habe eigentlich den Vater noch, Gasbeilter oder so, Pozzolanbeilter. Ok, machen wir das mit dem Tau aus, wir müssen bei den 50, ich verflüge 30, das ist auch gut, das ist auch gut. Das ist auch gut. Auch mit dem Dachkommanzin. Ok, wir sind gestern. Demnächst links abbiegen. Links abbiegen müssen wir demnächst. Ja, ok. Jetzt werde ich von oben gehen. Dann mal schauen, wo du deine linker Panzen, hier links abbiegen. Ja, gleich. Ja, genau schauen, wo du dich auf in den Fakten auf. Also, auf die Nummer, wir sind auf den Weg, gerne rein. Warte mal, wir sind hier. Hier oben und jetzt weiteres sind wir gleich da hier, 1 Kilometer, den schaffen wir auch ganz ruhig, ganz langsam, Schritttempo. Rechts halten und dann rechts abbiegen. Hier schon ein oder? Hier endet es. Hier unten ist es geschafft. Job. Ein Stückchen. Und jetzt sind wir da. Wie kommt der jetzt hin? Hier bestellen ich ihn. Dann fahren wir ihn da hin. Und dann fahren wir ihn da hin. Da haben wir ihn. Gehabzettel. Und was hat es ausgezeichnet? Eine Sekunde. Hier. Also da gibt es was zum Unterfallspunkte. Da sind wir also schon. Ja. Da sind wir hier schon sehr gut. Kontostand. Jetzt kann ich hier also ein mehr machen. Hochwertige vielleicht noch einnehmen. Noch hochwertiger. Den ja. Und noch eine hochwertige gebracht. Noch hochwertiger. Und dann werden wir die anbieten. Jetzt haben wir den 176.000. Das ist ein super Preis hier. Ich bin ja fast hier bei der Geige. Noch eine Tour. Und dann kann ich die Geige machen. Was ist der Zustand? Zustand gut. Meine Reifen sind abgenutzt. Ja okay. Und dann können wir das beenden hier. Jetzt fahren wir wieder zurück nach den Schnellrückfahrt hier. Router. Und das würde ich hier stehen lassen. Ich mache Schnelle Reise. Schnelle Reise. Ja. Möchte ich. Dann habe ich das Auto bei mir zu Hause. In meiner Geige stehen. Dann freue ich mich über die 176.000. Dann. Ich hole jetzt erstmal hier rein. Kriegstuck. Die beiden sind der Reise. Und das war es jetzt hier erstmal von hier. Und jetzt mal beendet. Ich sage mal Tschüss Leute. Das war es von der fünften Fahrt hier. Nach Linz. Von wo eigentlich? Von Frankfurt ne? Ja wo ja. Okay. Und Tschüss.